Hallo zusammen, mein Name ist Andreas. Ich bin paranormaler Ermittler. Ich untersuche Mystiken in der Anderswelt. Ich gehe Geschichten nach. Ich ermittle, ob diese wahr oder unwahr sind. Ich versuche Kontakt zur Anderswelt aufzubauen, diesen zu halten und eventuell zu helfen. Kommt mit und schaut zu, wie die Anderswelt reagiert. Hallo Anderswelt, Hallo Anderswelt. Hier ist der Andreas, der wie immer mit Frieden und Respekt bekommt. Ich möchte nur den Kontakt zu Anderswelt. Wer bin ich? Habe ich schon einmal gelebt? Ich möchte heute eine Rückführung machen. Mal sehen, ob das mir gelingt. Vielleicht mit Hilfe der Anderswelt. Wann habe ich schon mal gelebt? Wer war ich da? Danke mal. Das war's. War ich in der Anderswelt eine Frau oder ein Mann? Was habe ich da gearbeitet? Was habe ich da gearbeitet? Wie bin ich gestorben in der Anderswelt? Wie bin ich gestorben in der Anderswelt? Wer ist dort? Wer ist dort? Wer ist dort? Sag mir bitte deinen Namen. Wann habe ich Geburtstag? Habe ich schon mal gelebt? Wo habe ich gelebt? Wie alt wurde ich da? War es eine gute Zeit? Wer ist dort? Wer ist dort? Wer ist dort? Wer ist dort? Bist du gut oder böse? War ich gut oder böse? Was ist mir passiert? Wer war alles bei mir? Wer ist dort? 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 In welcher Straße habe ich gelebt? In welcher Straße habe ich gelebt? In welcher Straße habe ich gelebt? Hatte ich Kinder? Ohio-Musik, Melvidia-Altern nuts und lebendig. Wie ist das zum Gladden härter? Wie hieß ich in früheren Leben? Wenn du? Ja, ja, ja. Brauchst du Hilfe? Was ist dir passiert? Das ist ein Zugriff, ein Zugriff. Zugriff? Wurdest du verhaftet? Rosie. GENSUS. GENSUS. Päselかlu. Ache. Schnämmmmmmmmmmmm. Yo, yo, yo. Hast du Angst? What? What? Don't sit, don't sit. Don't sit, don't sit. Hey, 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 hey. Alright, alright. 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 Alright.